Welche Variante ist das? Oh, dem ich den spinne. Alles klar. Dem Schnudder, den er rumwirft, ne? Jetzt weißt du, der raschelt da, ne? Und seinen Scheiß schmeißt, oder? Ja, das jetzt, jetzt krieg ich's hin. Gut, okay. Was muss ich denn hier brauchen? Ähm, wenn sich zu nem... Der schüttelt sich so komisch und danach schmeißt der hier vorne AOEs hin, wie die Seuche. Da lieg's im Prinzip instant. Da musst du dann einmal ausweichen, nach hinten. Ähm, das Problem bei der Sache hat kein Bodenkreiser. Also, die kommen einfach so runter. Oder? Ja. Ja, ich will sie sofort, ja. Ähm, das Weitere... Also, das richtig zu sehen ist so ein bisschen kompliziert. Das siehst du im ersten Moment nicht. Das ist uns das erste Mal, wo wir hier drinne waren, auch zum Feindliss geworden. Nachher haben wir's dann zum Glück rausgefunden. Wir könnten's aber vielleicht eventuell vielleicht vorher ansagen. Vielleicht schaffen wir das. Ja, ich achte da mal auf. Also, wenn wir's dir ein paar Mal angesagt haben, wenn er so anfängt zu wackeln, dann weißt du nachher auch Bescheid, dann siehst du es. Ähm, im Nahkampf kannst du da gar nix machen mit dem Baum. Weil, wenn du zu nah an den Baum gehst, ziehst du die Spinnen von hinterhalb des Baumes. Du kannst also nur mit Fernkampfwaffen kämpfen. Ja, dann kriegst du einen riesen Arsch Spinnen an der Hacken. Ja, und gelegentlich spawnen hier hinten ein paar Spinnen. Ja, ich schiele. Die müssen dann auch sofort, so schnell wie möglich von zwei Leuten oder so niedergewalzt werden, damit die wirklichen Fernkampfkämpfer... ...schaden machen können. Also, wenn hier Spinnen kommen, dann klopfen wir das Böse platt. Ja. Sofern möglich. Okay. Joa, fangen wir an. Ich würde auch sagen. Bahn zu sein, ne? Ja. 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 Hoho! Joa! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Super. Oh, nein. Oh, nein. Ich kann das nicht geschissen. Ich komme hier nicht durch. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja. Jetzt. Keine Energie. Ah, zurück, zurück. Weg. 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 Wenn ihr euch hier oben mit die Wurzel stellt, tritt euch das Zeug nicht. Wo ist oben? Links auf die Wurzel. Dann komm ich nicht bei den Boss mit meinen Pistolen. So, ihr gleich lau'n dir keine Scheißsache. Hab wieder ein Disconnect. Oh nein. Letztlich da. Das nenne ich mal Timing.